Hallo meine offensichtlich starken Freunde und herzlich Willkommen zu einem Update Video zum MKB. In diesem Video werden die Paarungen bekannt gegeben und somit auch wer es in das Turnier geschafft hat und wer nicht. Kommen wir zuerst zu den Losern die zu behindert für das Turnier waren und zwar den läppischen Pope und der unlustigste Junge von ganz Jamaika Creeper. Ihr seid wirklich so grenzdebil, kackepopohaft und hässlich, dass wir euch aus reinen künstlichen Mittler ein Verlierer Battle geben. Ihr zwei Spasten tretet also im Behinderten-Loser-Battle aus der ganzen Mongolei an und werdet von allen ausgeschlossen, weil ihr beide von Cory in der Haus vergewaltigt, danach in den Ofen gesteckt, richtig fett gefistet und gegessen wurdet und er dann an dem Essen starb, weil es so fett nach Schweiße geschmeckt hat. Unge Bonan, was ist los mit dem? Warum schreibst du so einen Müll? Grön, äh, nachdem wir uns mit den Unmenschen befasst haben, kommen wir jetzt zu den guten Jungs, die es in das Turnier eingeschafft haben. Wir starten im Viertelfinale mit ganzen 8 gerne Daten. Die Battles sind wie folgt. Die Runden sind bis zum 31.07. abzugeben. Schickt den Link zum Video dann mit dir per Discord. Nachdem die Frist zu Ende ist, kommt noch ein kleines Info-Video. Wir freuen uns auf jede Runde und würden uns über ein Abo, Like und Kommentar freuen. Das bringt uns echt viel weiter. Bis zum nächsten Mal, ihr Shitposts von der unlustigen Art. Grön, 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 w-what's your problem, Grön? What is your problem? Hurra! Grön, 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 Grön. ? WHAT DE FUK WVES IOD ACHUUTOIS?! Cannot burn, Grön, 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 Grön.